Moin Leute, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich war auf der Bratwurst und Eike ist heute auch dabei. Heute zu einem neuen Battle Hot kommt nochmal ein Fortnite-Video, also wenn ihr Bock habt, schaut mal vorbei. Danke nochmal für die 100 Abos und ich würde sagen, let's go. Was wollen wir jetzt machen, Eike? Wollen wir jetzt rezzeln? Ich will einen Lucky Block. Ja, komm, dann gehen wir jetzt in den Lucky Block Server. Aber können wir nicht, aber ich bin gerade in den Hive-Server drin. Also es wäre echt schön, wenn wir jetzt erstmal eine Runde Dings spielen hier. Eine Runde Survival Games. Ich würde, ähm... Wir können gleich, okay? Eike, ein verspreche ich dir. Okay? Eine Runde Travel Roars. Eike auch noch eine Runde, ne? Und dann, ja, der Game startet auch gleich. So, man kann hier richtig geil immer so geil Parcours machen. Und es ist richtig geil, Leute. Und wir werden auch noch ein paar Minigames noch. Eike, was sagst du so dazu, Minigames? Was, Bock? Ja. Guck mal, kennst du es nicht? Ja. Ey, das ist nur euer Lobby. Doch, die ist neuer. Es gab damals aber mal andere Kisten. Oha. Ist hier was krasses drin? Oh, hier Stiefel, okay. Diamon. Ich hab hier gut. Ja, ich raue jetzt hier ab, Digga. Das nervt mich. So, und ich bin Pro in dem Spiel hier. Was sagst du dazu, dass ich Pro bin? Nein. So, und wenn ihr Bock habt auf noch mehr so eine Wette, lasst jetzt mal ein Like da. Eike darf auch, okay? Ja. Digga. Hä? Werde ich fotografiert? Eike? Digga, wer... Hä? Werde ich gerade fotografiert? Hä? Was ist das ein Sound, wenn jemand stirbt? Weil ich das ganze Zeit da lese. Und wir geben auf den Tüten da, weil der hat auch die Schuhe. Könnten wir mal Daumen machen. Warte. Ich renne den jetzt hinterherkommen. Wir haben einen Bogen, aber keine Pfeile. Ich gebe den jetzt richtig. Och, Digga. Wie stark ist der? So, jetzt darf Eike eine Runde. Oder lieber Lucky Blocks. Ich würde Lucky Blocks. Okay, dann gehen wir nochmal in den Lucky Blocks-Server jetzt rein. Eike richtig Bock. Oder nicht so. Er will lieber Fortnite spielen, aber egal. Cube Craft selber. Oh, ich weiß aber nicht, ob ich da rein kann in den Server. Ja, wir können rein. Komm. So, wir gehen jetzt in den Cube Craft-Server rein. Eike, du darfst jetzt erstmal anfangen. Hier. Gib dir schon mal den Controller. Also, du musst aber in Lucky Blocks reingehen. Was ist Lucky Blocks? Weißt du doch. Ach so. Nein, du musst... Geh doch in Lucky Blocks da rein. Nein, nicht darauf. Was machst du? Du kannst echt nichts. Eike ist richtiger Lucky Block-Fan, oder Eike? Ja, das habe ich für den Skins. Ja, der wurde... Ja, man kriegt immer ein neues Skins irgendwie. Alleine will ich. Ja, mach Solo. Der ist alleine? Ja. Aber das sind trotzdem andere. Ja, ich weiß nicht. Das war, dass du nicht im Team bist halt. Die Welt. Wie viele Leute dann in der Lobby. Die ist immer scheiße irgendwie. Jeder noch eine Runde? Wehe, jetzt kommt ein Bohrer. Ja, du hast... Ey, Eike hat immer das Pech mit diesen Bohrern, ne? Ja. Also... Kannst du auch was craften? Also, du kannst ganz schnell! Crafte ganz schnell! Crafte ganz schnell, was du willst! Ah, äh... Jetzt kannst du nicht mehr craften. Man kann... Du musst ganz schnell craften, falls du das kennst. Eike, du Mann, du siehst das immer so gut so. Nimm den. Was macht er? Du kannst... Spring ganz... Du kannst dann ganz schnell springen. Nimm, nimm es mal ab, du! Handel mal mit denen. Pfeile. Ey, nicht alles verhandeln, Eike. Guck doch mal, was die alle zu handeln haben. Einer hat vielleicht doch einen Pfeil. Ja, die sind ja noch die alten Villager. Du kannst dann ganz schnell springen. Spring mal. Und? Ja, ich bin ein bisschen höher. Ja, guck doch. Töte mal die Villager. Ja, aber du kannst nicht so krasse Sachen craften. Vorher kannst du in der komplette Rüstung craften. Bau dich rüber. Handel doch mit dem Villager. Löcke. Guck mal, ob der irgendwie was hat. Handel einfach mit irgendeinem. Handel mit irgendeinem. Und die Rüge war am besten. Ne? Der wenigsten Falle. Das sind einfach noch die alten Villager. Aber du musst ja erst mal craften. Ja, du hast ein Stack-File, die gehandelt. Das ist ja schon klar, ne? Jetzt brauchst du nur noch einen Bogen. Mach Paul-Lucky-Blöck ab, vielleicht kriegst du ja ein. Hier sind keine mehr. So, jetzt reicht doch erst mal, oder? Und immer sneaken. Ja. Error. Einer ist auch gerade gestorben. Also, wie gesagt, heute nicht, wir haben es auf Englisch. Also, deswegen heißt auch es mal Emirate auf Englisch. Das kennt ihr ja, Eike auch. Sind nur noch fünf Players von zwölf da. Also, das könntest du gewinnen, die Runde. Pass auf, spring! Ach, du bist. Kannst aber schneller rüberspringen und so. Oh, du kommst da irgendwas. Ein Slime-Block. Ach, du scheiße. Tut ja nichts. Wenn du Slime-Blöcke siehst, sofort ab. Ach, 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 ach. Tschüssi! Haha, ja, beste Lösung. Ja, so ein Pech habe ich auch immer, Digga. Äpfel? Hallo, Slime. Und Tschüssi! Ja. Du hast ihn ja richtig gerade gegeben. Ja, also. Du hast ihn ja richtig gegeben. Ich bin Günther, das alte Pferd. Der, du hast ihn zwar schon richtig gegeben, ne? Ich danke nochmal für die 100 Abos. Eike bedankt sich auch nochmal. Ja. Danke. Und sich von seinen Kanal, ist aber egal. Nein. Wir wollen auch jetzt mal so Videos drehen, oder weil es sind ja jetzt auch Ferien. Da können wir ganz oft jetzt immer wieder drin. Heute kommt auch nochmal drei Videos oder so. Drei Freunde. Einer ist, glaube ich, gestorben. Drei. Zwei Leute sind noch. Zwei. Du könntest das gewinnen. Oder mit Schmiff. Eigentlich ist nur noch einer. Ein Haar, Digga. Oh, ein Haar. Spring. Ja. Also rüberspringen, aber egal. Du kannst rüberspringen komplett. Boah, du fühlst dich auf. Ah, das ist dumm. Ey, da ist einer. Ja. Ja. Ja, der hat komplette Einrüstung. Also er hat es nicht komplett. Okay. Ja, du bist da. Ja. So. Leute, jetzt kann ich die eine Runde. Wartet. Der Möbel abbecken. So, ich mach noch eine Runde. Und zack, Playgun. Nächste Runde startet jetzt. Hey, Digga. Hä? Ich hab doch aber Playgun gemacht. Ach so. Ja. Geil. Ähm, ich start auch mal. Ach, ich will ein... Nein, ich wollte noch einen anderen Server. Egal, ich kann nicht noch bitte noch einmal, aber ich wollte eigentlich einen anderen... Ach nee, lass. Aber danach bricht ich denn mal einen anderen Server. Keine Ahnung. Finde ich aber geil. Da gibt es so eine Slime-Löcke, da kann man sich richtig geil mit drüber bauen. Hä? Digga. Ah, da kriegt man diesen Eisblockstab. Kennst du das? Zeig dir das gleich, was man da machen kann. Oh. Oh. Oh, hier. Ich hab dir was man damit jetzt machen kann. So mal Eisbrücke irgendwie, falls du es kennst, das hier. Ach, ich kann nur 35 Sekunden, aber so eine Eisbrücke kann man sich damit machen. Äh, da, hier so machen wir den Lacki-Block da nicht ab. Guck mal. Ich fang gleich. Guck mal. Wo ist denn der Lacki-Block da? Ja, hinter dir. Ein paar Sekunden kann ich. Och, digga. Sterb. Hell. Ey, wie gut ist Loot. So, jetzt baue ich mich rüber. Ey, kennst du das? Kann man sich richtig kennen? Nein! Och, das fehlt jetzt aber nicht. Ich bin ja gleich da unten gewesen. Ich will mir nicht in den Shop. Ich will noch eine Runde. Ich will noch eine Runde. So, komm. Ey. So, Leute, ich mach noch eine Runde. Oha. Die Maps sieht eigentlich ganz geil aus. Das sieht so aus wie so eine Weihnachts-Snap. Ja, nur die Farben. Einer hat nicht irgendwie da dran. Da ist das, dass ich mich mal baue. Hä? Digga, wir sind jetzt nochmal so. Okay. Ja, moin. Ein Stiefel. Oh. Fünf Brötchen, okay. Aber das hier ist noch nicht so richtig, was ich mir wünsche. Ich kann ganz schnell craften. Ich glaube, das ist ganz schnell eine Eisenrüstung, aber egal. Moin. Komplett. Und ein Eisenschwert. Kann ich mal einen Bogen? Ach, Digga, nein. Komm. Ich hab mir ganz schnell was craften müssen. Digga, Mann! Was wollen die denn mit dir? Dumm. Okay. Kann ich mal craften? Hä? Ich hab mir jetzt ein Bogen. Ich hab mir jetzt ein Bogen. Egal. Ich will mir, Digga, ich wollte mir nicht gerne einen Bogen machen. Ja, komm, moin. Ah, nein. Aber ich will geileres Luther mal so einen Scheiß. Ja, ich brauche mich jetzt auf diese große Insel darüber. Und springen. Ich will, wie viele Lucky Blöcke hier sind. Och, Digga! Und sterb. Ähm. Oh. Ähm. Haben wir schon, aber. Ja, aber es braucht... Ich hab schon komplette Eisenrüstung. Ja. Aber ich wollte ihn ja aufheben. Nee. Ich hab Tränke. Ich hab Tränke. Regnation. Ich heile mich. Warte. Tränke Regnation. Ich heile mich. Ich heile mich. Ich heile mich. Einfach weit rein jetzt. Komm, Blöds. Digga, immer die so dumme Eisenchatzplates und so. Haben wir schon, ne? Och, Digga! Was ist das? Der Blödsinn. Oh. Und? Gold nur. Och, Digga. Nein! Och, Digga. Ich sterb. Wo ist denn dieser... Ach, da ist der! Och, Digga. Träger mich. Ich renn jetzt weg von dem Blaze. Der fällt nach dem Blöcke. Ja. Och, Digga. Ich renne mich. Das willst du. Was willst du? Ich hab'n Trank. Ach, das schaff' ich nicht mehr. Ja, ist ja gut. So, jetzt bist du dran. Aber ich bin auch noch eine andere Map, mal. Hier mach' noch eine Runde, aber nur noch eine und dann machen wir mal anderes hier. Wo und. Wieder die? Immer hab' ich diese Map, Junge. Ja, ist wirklich so, ne? Ich hab' es aber dumm. Ja. Also, ich find' die scheiße irgendwie. Ich find' ich nicht. Wie in Bernit. Schwein ist nicht alt. Schwein ist nicht alt. Digga, wir haben so viel Pech. Jetzt dumme Korotten, Digga. Digga, wofür Pech hat man nicht? Ey. Drei Lottie-Blöcke waren. Toll, Junge. Ja, ich furze gleich vor Angst. Mach' jetzt schnell. Mann, Digga, Eike. Dir hat auf der Rad einer runtergefallen. Moin. Du konntest den Bogen grad craften. Keine Ahnung, weil du konntest das aber grad. Bau' dich da rüber. Komm, dein Eike, mach' jetzt. Mach' Ja, du brauchst aber immer. Zehn Jahre, da kann der Talia irgendwie auch ein bisschen besser, muss ich mal sagen. Du musst dich schon da rüber bauen. Das ist ja schon ein kleiner. Ich hole die Gutsch-Lut, komm. Ja, Tränke. Du, aber du hast die Tränke, okay, du kannst ein richtig damit. Schneeball, Bau' ab. Warte, dann hast du Schneeballe. Den Schneeballen weg. Balle einmal ab mit Schneeballe. Nehme' die Schneeballe in der Hand, Eike. Boom. Bau' noch mehr den Schneeballen ab. Dann hast du richtig viele davon. Nein, du musst mir herangehen. Warte. Töte den Schneeballen mal komplett. Wir hatten einen Trank. Hast du einen Trank? Werf den ab. Den? Ja. Aha. Geil. Hava, du hast gerade einen Daumen gemacht, glaube ich. Ach, die Schneeballe. Hörte den Schneeballen doch mal. Ja. Was kriegst du denn? Ja, du? Och, Digga. Och, Digga. Jetzt reicht es dir komplett, oder? Wer hat das gemacht? Hau ab. Hau ab. Einen Trank, glaube ich. Nimm den Trank der Regenation. Ess was. Ess was. Hast du noch mal Trank der Regenation? Nimm. Noch mal Trank der Regenation. Nimm. Digga, Eike. Wo ist er denn? Da. Kriegst du richtig viel Leben. Ja, ohne mich hättest du es nicht gewusst. Hast du einen Trank, das gibt es noch. Ey, werf den, komm. Auf den Typen doch. Junge. Der hat den Feuer starb. Ja, Mann. Damit hat er es ja auch gemacht. Komm. Ach, ich dachte. Okay, ich bin down. Geil. So, ich werde jetzt noch mal was anderes spielen. Ich gehe mal Back to Lobby jetzt. So, wo ist die Lobby? Ich gehe raus aus der Lobby, weil ich würde ganz genau was machen. Back to Lobby. Ich mache einfach nur mal Sky Wars. Sky Wars. Ich will jetzt bauen bei Sky Wars. Nice. Ich bin ein bisschen Sky Wars. Was macht man da? Oder soll ich... Ich will Sky Block. Sky Block oder... Das ist geil. Meine und wer. Meine und wer. Meine und wer ist geil. Ja, ich kann... Hä? Was leckt das denn so fett hier? Der ist leckt. Ich mache jetzt einfach... Ich gehe jetzt einfach raus aus der Lobby. Der wie das fettes leckt, ne? Ja. Irgendwie leckt das ja nur. Leute, wir gehen in einen neuen Server rein. Wir gehen nochmal in Kickcraft. Was sagst du dazu? Ja, will ich auch sagen. Ich bin dann meine Ware mal. Also ein anderes. Ist geil. Da bist du auf so einer Insel und dann... Da musst du so Erdse abbauchen. Aus den Erdsen bekommst du in dir Sachen und sowas. Finde ich voll geil. Das Block Wars. Team Main. Equus. Komm her, Equus. Ich gehe Equus selber. Ich gehe in den Chat und steif mal. Voila. Und was muss man jetzt machen? Keine Ahnung. Doch, ich weiß irgendwie, was man... Da muss man mit so einem Villager so Sachen findet, der mit dem so handelt. Zum Beispiel, wenn du einen Dierblöck kriegst und hier ist, kannst du dir den Blöcke handeln und so. Ach so. Musst du schon dann sehen. Ich verstehe schon. Ist aber geil. Du kannst dann gebogen und sowas. So ist das Haus, kannst du dir da bauen. Guck mal, so ist es aufgebaut. Guck mal. Hier ist jetzt zum Beispiel... Dings. Jetzt bekommt man hier Dings. Guck mal. Und jetzt kannst du mit dem Handeln hier. Guck mal, was du dafür brauchst. Hier kannst du dir zum Beispiel fünf Eisen kosten. Wollen wir uns jetzt hier eine coole Bärs bauen hier drauf? Ich will... Da, siehst du zum Beispiel, damit kannst du dir jetzt was handeln. Siehst du? Hast du verstanden jetzt, wie es geht? Ja, ich hab verstanden. Und damit kann man dir hier zum Beispiel Sachen holen. Schon wieder. Okay, digalisch. So, ich hab' jetzt mit dem Mann. Da liegt schon wieder so viel neu. Ähm... Was braucht man sich für eine Rüstung machen? Ja. Ich will mir mal diese Rüstung da machen. Das brauch ich jetzt nicht. Oh, das ist ja. Pair. Ja, wie viel hat schon wieder liegt? Ja, mach. Ich weiß, was ich uns jetzt handel erst mal. Ich bin jetzt erst mal Blöcke gehandelt. Ein bisschen umstellen. Yo, Leute. Also ich werde es einfach in den Settings jetzt. Was umstellen mal ganz kurz. Ähm... Zum Beispiel werde ich mir das jetzt hier mal umstellen. Das ist geiler irgendwie. Diese Villager mit dem Handeln. Ich hab' noch genug gehandelt. Ich hab' voll genug gehandelt. Schon irgendwie voll krass aus diesem Map. Eike? Auf der anderen Seite sind Dias. Guck mal, wie fertig ich das grad verstellt hab. Wie das aussieht, wenn man ganz groß macht. Wie das aussieht. Guck mal, wie der Villager aussieht, wenn man das so ausmacht. Guck mal, Eike. Guck mal, wie schnell man da laufen kann. Guck mal, was ich da eingestellt hab. Guck mal, wie der Villager aussieht. Ich handel mal ganz kurz mit dem Schwert. Egal. So, ich hab' jetzt mir erstmal richtig viel Dings geholt. Und jetzt, guck mal, wie groß die Lobby vor allen Dingen ist. Und wo wollen wir... Das ist Dias da hinten. Dann können wir uns schon mal in der komplette Eisenrüstung machen. Wie ein Bärne. Junge, die hoch. Was? Die hoch einfach, ne? Permanent. Und plötzlich einfach... Huuu, Dias! Doi! Und zuerst mal zu 1000 Eisen geführt. Komm, Dias. Ich tue irgendwo mal zum Ardoktor oder so. Mal sehen wir mal. Ich tue mal ein Stack. Hier irgendwo mal zum Ardoktor. Oha, was ist da? Was ist da? Ey, Digga. Was? Digga! Was willst du? Daumen gemacht. Ich hab' den Daumen gemacht. Wo ist denn dein Grab jetzt hin, Digga? Ich hab' den grad Daumen gemacht, siehst du? Hast du grad gesehen? Dias. Oh, ich kann ja auch noch was kaufen bei dem Echo Shop. Was? Och, Digga, steht da. Ich kann nicht irgendwas tun. Alter, wie. Keine Ahnung. Was macht irgendwie Bock? Und da war ich schon. Ah, Digga, ich bin fast daumen gerade gewesen. Ich hab' glücklich was runtergefallen. Ey, Digga, ey. Ob ich jetzt schon wieder so ein P... Schaff' ich nicht mehr. Schaff' ich nicht mehr. Schaff' ich nicht mehr. Schaff' ich... Nein! Oh, lass jetzt das Video beenden, Leute. Leute, also falls euch Dings gefallen hat, lasst mal gerne ein Like da. Mir hat's wie gesagt Spaß gemacht. Mir auch. Ja, und lass mal ein Abo, da macht mir die 200 Abos voll. Also, schau. Ich weiß das allied in Felixst jumpa sigrolt. Ja.